Und damit herzlich willkommen hier zurück zu Command & Conquer Remastered jetzt in der dritten Mission der GDI. Mein Name ist der Ed, ich begrüße dich ganz herzlich und ja, wie immer gilt, wenn du das Video magst, hinterlassen Däumchen da oben. Willst du nichts mehr verpassen, einfach das Abo da lassen. So, und heute wie gesagt, starten wir in der dritten Mission. Ich würde sagen, gar nicht lange fackeln, sondern machen. Los geht's. In Lettland. Örtliche Milizien. Ich weiß, ich habe Ihnen Hintergrundinfos versprochen zu Kane und Nord, aber dafür ist noch Zeit. Später. Carter sagte, ihre Bots haben ganze Arbeit geleistet. Guter Job. Das machen wir jetzt gleich nochmal. In diesem Sektor befindet sich ein Nordstützpunkt, der von Flugabwehrraketen gegen Luftangriffe geschützt wird. Schalten Sie sie aus, dann kann Ihnen Körner und Morelli Luftunterstützung geben, wenn Sie die gegnerische Basis selbst angreifen. Ich muss mich eine Weile ausklinken hier, ein paar Hände schütteln bei der UN. Ich verlasse mich auf Sie. Oha. Bauen Sie eine Basis, alles klar. Geht schon los. Also an die Mission erinnere ich mich sogar auch noch. Genau, Raffinerie. Wir bauen gleich mal. Also, wir haben die Mission. Schalten Sie alle Flaggstellungen aus. Und geht ja schon gut los hier. Willst du gleich wissen. Konstruktion fertig. So, okay. Neue Bauoptionen. Dann macht das mal ein Silo. Wird gebaut. Jawohl, Zahl. Konstruktion fertig. Bestätigt. Okay, ich weiß noch nicht, wo das Erz ist. Deswegen will er noch nicht so richtig. Silo, Radarzentrale. Jawohl, Zahl. Gucken, was er hier macht. Jawohl, Zahl. Weiter auf. Genug Strom haben wir auch noch. In Ordnung. Ah. Brecher auf. In Ordnung. Dann mach mal. Jawohl, Zahl. In Ordnung. Jawohl, Zahl. In Ordnung. So. Schnell, schnell. Wir müssen sehen, was Faktum ist. Bau, 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 bau. Los, 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 los. Konstruktion fertig. Aha, da oben ist auf jeden Fall was. Steht einer. Sehr gut. Äh, Kaserne. Das ist das nächste, was wir bauen müssen. Dann haben wir schon wieder keine Kohle. Bestätigt. Konstruktion fertig. Wahnsinn. Neue Bauaktionen. Endlich. Ah, ich kann noch keine, keine, äh, Fahrzeuge bauen. Das ist ein bisschen schade. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Okay, bauen, ja, ja, bauen sie eine Basis, etc. Hier ist irgendwas. Äh, wir gehen mal gleich mal gucken. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Wir gehen gleich mal ein bisschen scouten. Da ist noch ein Sibiriumfeld. Hier ist irgendwas abgestützt. Da kommen wir aber anscheinend nicht hin. Ja, da kommen wir nicht hin. Gehen wir nach oben, wie weit die Karte reicht. Würde gerne, würde gerne mir noch einen zweiten Sammler bauen, aber es geht nicht. Konstruktion fertig. Wird gebaut. In Ordnung. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Weiter, weiter, weiter gucken, wo das hier ist. Okay. Breche auf. Schon dabei. Scouten. Breche auf. Sofort, Sir. In Ordnung. Schon dabei. Aha. Da ist er doch. Support, Sir. Ja, ich denke mal, der wird... Ohuuhu. Schon dabei. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf. Nur ist ran, 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 ran. Gleich wegmachen. Ach, da kann man ja weit raus zoomen, ist ja krass. Musste ich doch mal ganz schnell zurückkommen. Aha, 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 aha. Da sehe ich doch was. Ja, 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 ich weiß, Einheit verloren. Ich frage mich, ob wir die übernehmen können. Breche auf. Jawohl, Sir. Geh mal hin. Geht klar, Sir. Jawohl, Sir. No mercy. Gucken wir mal, ob wir das... Vielleicht können wir das übernehmen. Brauchen dringend Geld. Mehr Geld. Gucken wir mal, wie weit wir raus zoomen können. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Support, Sir. Jawohl, Sir. Okay, das kann er nicht übernehmen. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. In Ordnung. Oh, 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 oh. Jawohl, Sir. Breche auf. Okay, mach den weg jetzt. Zack, 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 geht das. Ja, die Granatwerfer sind nicht so ungewähl. Konstruktion fertig. Sofort, Sir. Breche auf. In Ordnung. Oh, mal schauen. Okay, hier ist nix. In Ordnung. Ein Heißer. Sofort, Sir. Geht klar, Sir. Geht klar, Sir. Mein Gott. In Ordnung. Ah, da ist der Nächste. Schon dabei. Geht klar, Sir. Und da ist auch einer. Geldmittel unzureichend. Ja, ich weiß. Breche auf. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Breche auf. Breche auf. Support, Sir. Wir brauchen Geld. Schon dabei. In Ordnung. Geht klar, Sir. Okay, Kay lives. Die Mucke ist cooler. Soundtrack ist einfach genial. Geht klar, Sir. Breche auf. Auch von der Qualität her. Bombenmäßig. Breche auf. So, wie gesagt. Wow, 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 wow. Alles klar. Jawohl, Sir. Breche auf. Wird gebaut. Oh, ein bisschen Rückzug. Konstruktion fertig. Support, Sir. Einheit verloren. Zieht euch mal zurück. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Reche auf. So, ihr geht mal weg. Jawohl, Sir. Reche auf. Jawohl, Sir. Wird gebaut. So, ihr zieht euch mal zurück. Dann sehen wir zu, dass wir da rankommen. Reche auf. Stellt euch mal jetzt hier hin. Jawohl, Sir. In Ordnung. Breche auf. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Okay, die sind kein Problem. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie durchkommen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Schon dabei. Bewege dich. Ein Sammler ist zu wenig, ey. Ich hätte gern mehr. Jawohl, Sir. Reche auf. So, wir gehen mal scouten da oben. Vielleicht können wir ja was erreichen. Schon dabei. Die bleiben hier stehen für Bewachung. Schon dabei. So, ihr geht da gucken. Vielleicht können wir das ja weg machen. In Ordnung. Das sind vielleicht keine, ähm... In klar, Sir. Geldmittel unzureichend. Ja, ja, ich weiß. In Ordnung. Ja, sehr gut. Hier kommen wir durch. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. In Ordnung. Wird gebaut. Genau, wird gebaut, wird gebaut. Das hört man immer gerne. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Gleich mal da hinten hin. Support, Sir. Macht das Ding hier kaputt. Da kommt nämlich schon Verstärkung. Achtung, Verstärkung. Zack, geht das hier. Macht's kaputt. Macht's kaputt. Danke. So, sehr gut. Damit haben wir das hier auch weg. Gucken wir mal, was hier Faktum ist. Ja, ist klar. Mit ein bisschen Glück reicht es. Oh, wo kommt ihr denn her, ihr kleinen Scheißer? Jawohl, Sir. Wird gebaut. Jetzt wollen sie aufmucken. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Kein Problem, wir sind ja schon unterwegs. Schon dabei. Geldmittel uns reichen, Sir. Ja, ich weiß. Schwer angeschlagen. Sofort, Sir. Breche auf. Da oben ist ein Tower. Schon dabei. Irgendwo hat er noch was. Okay, da ist ein Tower. Defense Tower. Okay, da hat er auch. Ja, ich muss euch leider jetzt ein bisschen opfern. Ich muss sehen, wo er seinen letzten Flak hat. Ah, hier hat er noch Flak. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Na, okay, heran. Einheit verloren. Schon dabei. Einheit verloren. Hinterher, hinterher, Leute, komm. Sammler, was ist los jetzt mit dir? Brauchen Ewigkeiten. Jawohl, Sir. Denken wir, das ist die letzte Flak. Also da kriegen wir eventuell Unterstützung. Jawohl, Sir. Na ja, schön. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Los, los, los. Wird gebaut. Ich brauche endlich Fahrzeuge. Ich will Fahrzeuge haben. Los, weg damit. Oh, los, der bleibt. Oh, geil. Flugzeuge. Luftangriff. Mach mal. Flugzeuge. Ja, das reicht aber nicht, um die Dings kaputt zu machen. Jawohl, Sir. In Ordnung. So, wir werden jetzt den hier mal ein bisschen pieksen. Das hätte ich gerne hier. Fahrzeuge. Jawohl, Sir. Ja, ihr geht da hin. Breche auf. Konstruktion fertig. Ja, ja, alles klar. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Marsch, Marsch, Leute. Alle zu sehr angeschlagen. Wir kommen nicht gegen den Zoom dahinter. Vielleicht einfach mal da reinrotzen. Konstruktion fertig. Okay, größere Minimap. Okay, der Sammler kommt wieder. Dann können wir jetzt vielleicht ein bisschen traktieren. Jawohl, Sir. Mal gucken, was er macht. Dass wir den vielleicht mal seinem Geldmittel streichen. in Ordnung. Mach den weg. Ja, fahr. Uhu. Jetzt haben wir sie aufgeschreckt. Jawohl, Sir. Jetzt haben wir sie aufgeschreckt. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Das ist schlecht jetzt. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Das ist jetzt aber übel. Na ja, jetzt versucht er es natürlich. Jawohl, Sir. Gut, wir ziehen uns mal ein bisschen zurück. In Ordnung. Jawohl, Sir. Macht den kaputt. So, erledigt. Sofort, Sir. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Mach sie weg hier. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Ach, die mit den Raketenwerfern. In Ordnung. Okay, da läuft noch einer. Vielleicht können wir ja nochmal hier hin. Wir sind aufhören. Damit wir jetzt mal sein Geld hier ein bisschen stoppen. Ja, komm ruhig. Und wegmachen. Ah, ihr seid doch so schlau. Geht in Reichweite der Dings. Ah, zu spät. Die sind hin. Mann, außer Reichweite bleiben. Einheit verloren. Kann doch nicht so schwer sein. Einheit verloren. Ah. Dann läuft ein Einzelner rum. Jawohl, Sir. Die holen uns. Jawohl, Sir. Brauchen wir Geld. Ganz viel. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Das dauert ewig. Konstruktion fertig. Also theoretisch bräuchte ich ganz, 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 ganz viele Granatwerfer. Die Dinger hier wegpusten. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Geh mal da hin. Geh hier auf. Jawohl, Sir. Ah, der eine, der hier rumschleicht. Geht klar, Sir. Keine Fahrzeuge, nur ein Fahrzeug. Das ist schlecht. Sie wählen. Mal gucken, was da ist. Aha, sehr gut. Viel hat er nicht mehr. Jawohl, Sir. Ah, der kann jetzt auch nicht mehr bauen, weil er kein Fahrzeug mehr hat. Na doch, ein bisschen hat er noch. Das Problem ist, wir müssen diese Türme wegkriegen. Und zwar möglichst schnell. Jawohl, Sir. Jetzt kommt alle Mann drauf da. Los. Konstruktion fertig. Deckt den ein. Sauber. Und etwas Rückzug. Sehr geil. So, was machen die? Die gehen dahin. Dann können wir uns hier einen Weg durchschießen. Jawohl, Sir. Breche auf. Breche auf. Sofort, Sir. Dann umgehen wir nämlich die Türme. Breche auf. Weil die Sandsäcke halten ja nichts aus. So, und können wir das jetzt hier kaputt machen? Breche auf. Ja, perfekt. In Ordnung. Schon dabei. Lass wir erstmal den Strom lahmlegen, weil dann funktionieren ja seine Sachen nicht. Breche auf. So, den jetzt hier plätten. In Ordnung. Bitte ganz schnell. So, jetzt den hier wegmachen. Schnell, schnell, schnell. Noch hat er Strom. Ja, mit Mondverlusten. Ja, 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 ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Breche auf. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Ja, ja, ja. Jawohl, Sir. Jetzt versucht er natürlich wahrscheinlich auszubrechen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Einer hier ist kein Problem. Jawohl, Sir. Schau dabei. Das könnte allerdings ein Problem werden. Wird gebaut. Nur es macht ihn weg. Jawohl, Sir. Support, Sir. Wird gebaut. Wegmachen, 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 wegmachen. Konstruktion fertig. Breche auf, Sir. Jetzt wird er es nämlich wissen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Mach sie weg. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Oh, schnell. Jawohl, Sir. Ja, 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 ich weiß. Breche auf. Geldmittel unzureichend. Ja, ich weiß. Wie sieht es aus mit Flugzeug? Immer noch nicht. Ah, der hat die Hand von Nott wieder da. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Das heißt, er hat noch Geldgeserven. Jawohl, Sir. Support, Sir. Und ich mit meiner einen Einheit hier. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Wird gebaut, Sir. Ja, je mehr man natürlich rangeht, des, ähm, desto, ähm, pizzeriger ist es natürlich. Ah, fast. Verdammt. Jawohl, Sir. Okay, ich gehe Risiko. Ich gehe all in. Ich gehe jetzt hier rum, versuche die da wegzumachen. So, okay. Ich versuche uns wieder von der Rückseite. Wenn wir seine Bauhof kaputt haben, dann, ähm, kann er nichts mehr machen. Dann haben wir ihn festgenagelt. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. In Ordnung. Oh, alle mal nach oben. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Sehr gut, jetzt das. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Müsste jetzt gleich keinen Strom mehr haben. Jawohl. Mit dir umzureichend. Ja, ich weiß. Jawohl, Sir. Macht nix. Ich hätte aber gerne wirklich demnächstes Mal Fahrzeuge. Sofort, Sir. Kommt dann einfach besser. So, jetzt das noch. Seine Türme gehen immer noch. Ist ja unglaublich. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Einheit verloren. In Ordnung. Ist ja unglaublich, dass die auch ohne Energie funktionieren. Einheit verloren. Ja, komm, mach's weg. Einheit verloren. Ja, jetzt den Rest bitte noch killen und dann ist alles gut. Einheit verloren. Holt euch die noch. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Ja, bitte töten. Einsatzziel erreicht. Jawohl. Easy peasy noch alles. 急statt. Uwe. wusste. Jörstatt. Das ist eine langele. Passtatt. Wollt. Das ist eine langele. Das ist eine langele. Ja, wenn du risk pist 20. Naja, Führung 25% nur, oh mein Gott. Das war schlecht. Okay, liebe Freunde, damit sind wir mit der Mission auch durch. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao. Wow, what shall we talk about? Wipe this temple off the face of the earth. You're in one hell of a ride. Welcome back, Commander.